Nebja? Nebja? Ich hab Federn dabei. Ja, ich mach das gleich Gericht. Können wir endlich? Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, wir kämpfen bis einer fünf Treffer erreicht hat. Das ist ähnlich wie im alten Rom, wenn einer zu schwer verletzt wurde, dann ist auch irgendwann vorbei gewesen. So, bereit? Pugnate! Drehnabel zurück! Drehnabel zurück! Starte! Das Band kriegt auf den Fuß. 1 zu 9 für Ulpäck Willis. Willis! Alter, schneller! Pugnate! Drüttel! Aaaaaaah! Puh! Auf die bestätigen! Und weiter! Starte! Schnitt vom Ulpäckulus über die Schulter! Nebo, mach mal einmal wieder fest! Ja, Moment! Ein! Ja, Moment! Du mögst mich gar nicht mehr auflösen! Ist gleich schon! Aber bei dir sieht's elegante aus, der muss ich auflösen. Du liest nicht direkt ganz auf! Ja! Ja! Du bist richtig! Juh! 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 Mehr den Drang nach vorne! Das ist wieder vorne! Lass sie kämpfen! Juh! 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 Das war ein Stich mit dem Dolch in den Rücken! Eie! Der wird gekommen! Genau! Ja, war ein besserer Schicht! Ja, war ein besserer Schicht! Ja, warte! Pugnate! Pugnate! Juh! 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 Der war nicht dran! Weiter! Nee! Auf dem Metall. Ja! Hier! Plache Seite! Sante! Das waren ein Doppeltreffer! Hier das Schwert war von deinem Gürtel hochgerutscht, gleichzeitig war der Dolch links vorbei. Da war jetzt ziemlich viel ein Angriffen zu sehen, die meisten davon sind trotzdem nicht durchgekommen. Damit 4-1. Und Pugnate. Das war ein Stich in den Bauch, euer Sieger heißt Bekulo. Hat sich richtig gewählt.